ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge supermarket simulator hier auch von meinem kanal level 12 sind die nächsten artikel das ist gut war bleichmittel reiniger geschürzt abs hand sei für shampoo toiletten alter 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 meint ich und mozarella parmesan honig thunfisch vierer pack puder zucker butter müsli hähnchen pommes fritz gemischte pizza kartoffelsack käse kaffee mit einer hellen röstung wasserflaschen eier zucker packen makaroni brauner zucker grüner tee chips mehl kartoffelpüree pfeffer reis sandwich brot puder zucker hummus bier gibt es mit dabei ketchup mayonesisch alter alter was gibt es denn hier alles der ist ja richtig heftig katzenfutter katzenfutter hundefutter weichspüler schokoladenpulver schokoladenriegel kuchen kuchen zucker joghurt bücher weichspüler papier handtuch toilettenpapier ach du schande also da wird auf jeden fall noch einiges auf uns zu kommen 550 dollar hier für die nächsten artikel und ich denke mal die werden wir uns auch als bald holen als bald holen weil wir wollen ja erweitern wir wollen vorankommen und dementsprechend ja gut öffnen wir den laden und ab die posten gut das ist voll das ist okay dann wird es sagen guck mal ob da noch ein regal hin passt dann bestellen wir nämlich noch mal ein regal produktlizenz holen wir und wir bestellen uns ein neues regal das bestellen wir nämlich direkt mit oha großes regal direkt oben wahnsinn ok passt nicht hin so gut dann haben das nämlich schon mal sehr schön dann haben wir da die cola ich bin froh wenn wir hier ein bisschen platz haben was haben wir hier milch wasser wasser ist voll das ist noch ein paar smarti reist der kann er weg ist leer leer sehr gut äh müsli schwarzer tee spagetti und supri mehl gut dann haben wir das normale mehl das ist da dann ist der karton nämlich auch schon wieder leer sehr schön dann müssen wir jetzt orangensaft und okay das ist leer spagetti sind noch voll käse guck mal ob da das rein passt sehr gut dann ist der karton nämlich auch weg ähm ähm cola einen noch über ne super puderzucker schwarzer kaffee brauchen wir schwarzer kaffee ähm was brauchen wir noch olivenöl olivenöl orangensaft olivenöl äh äh süßigkeiten Joghurt 1,99 1,99 süßigkeiten kommen hier rein direkt noch preis machen 4,09 cooler perfekt dann ist der karton nämlich auch schon mal wieder leer je leerer der laden desto besser desto mehr platz haben ne schwarzer kaffee olivenöl puderzucker so weit wie möglich sollten wir gucken dass wir hier mehr aufstelle haben für die oder mehr plätze als nur ein regal fach ne ja hier auf jeden fall sehr sehr hilfreich irgendwas konnte ich nicht finden ähm was haben wir noch da milch haben wir noch da milch haben wir noch da eier ist leer ist leer ne äh käse sechser milch salz salz käse sechser milch salz dann machen wir noch hier kuchen muesli schokoriegel 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 kuchen kuchen muesli machen wir auch direkt noch ok muss sonst noch was bestellt werden wasser 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 würde ich direkt nochmal bestellen basmati reis äh schwarzer tee haben wir noch eier und mehr können wir nicht mehr bestehen heute was fehlt da irgendwas fehlt da käse 3 und 80 5 9 50 so passt das muesli da rein dann machen wir das muesli da rein obwohl dann machen wir das muesli hier unten und das machen wir da rein ok basmati reis machen wir etwas mehr dann machen wir das fach noch für basmati ne machen wir eben nicht wir müssen jetzt nämlich gucken dass wir noch die anderen waren einräumen die wir neu haben bio eier käse der karton ist leer finde ich gut ein kuchen auch der ist leer sehr gut noch ein anderer kuchen ähm wasser geschnittenes brot fehlt noch ne das müsste salz sein ne ja salz geschnittenes brot fehlt noch ne geschnittenes brot fehlt noch ne boah so viel zeit hier das ist der orangensaft das ist die cola ist leer ist leer das ist orangensaft das sind die spaghetti da ist der karton glaube ich auch leer genau gut dann machen wir im nächsten tag weiter wir müssen auf jeden fall wieder einiges neu bestellen so wie man sieht hier müssen wir noch eben die preise machen bevor ich das vergesse 4,19 2,09 dann haben wir das nämlich auch schon mal ist das Apfelsaft nein aber zweimal orangensaft ok na gut dann müssen wir morgen gucken was wir noch neu bestellen müssen weil wird noch einiges sein ne da wird noch einiges sein ne so der schwarze tee ist aber leer den karton gehören noch ansorgen sehr gut ok gut dann hätten wir das geschafft dann haben wir was war hier nochmal geschnittenes brot war da was war da nochmal helft mir auf die sprühen was war da noch da war da irgendwas ähhhhh geschnittenes brot puderzucker also müsli hatten wir rüber gepackt ne müsli war da das hatten wir rüber gepackt ok ähhhhh beide alle drei sodasorten würde ich bestellen milch 6er Apfelsaft brauchen wir neu also rote mehl also rote mehl süßigkeiten möchte ich nochmal mit bestellen älter vater ja ok gut dann wäre das das ne in dem Sinne danke ich euch erstmal fürs Zuschauen ganz schön viel Chaos hier aber gut wir kriegen es hin irgendwie ne wir kriegen es irgendwie in der Karton Kartonkammer weg und ja in dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen bis dahin Servus und tschüss bis dahin 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 Bis zum nächsten Mal.